Harry der Hase Oh, oh, hallo ihr Kleinen, ich bin Harry der Hase Oh, was ist denn das? Ist das ein kleines Häuschen? Schaut mal, ich bin drin Nein Ist das eine Decke? Nein Ich weiß Es ist ein großes Stück Papier Wow Was sind denn die? Hm Hm Ein Musikinstrument Nein Ich glaube es ist ein Wachsmalstift Papier Wachsmalstift Ich werde was malen Hm Ich male Hm Hm Oh, eine große Sonne Hm 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 Und Einen kleinen Mond Ich nehme die Farbe Gelb Hm 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 lol Und Einen großen blauen Himmel Hm 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 Ich male so gerne Hm Hm Sag mal Tschüss, Harryhase. Tschüss, ihr süßen Häschen.